Willkommen zurück zu Let's Play Agorys Generation of War Zero. Im letzten Part haben wir in Tidros Heimat den Hinweis gefunden, wie wir jetzt an das nächste Material kommen und sind anscheinend nun auf dem Weg dahin. So genauer wird das auch nicht verstanden. Wir müssen jetzt eine Falle stellen durch Spinnweben, die wir dann von irgendeinem Monster bekommen und fangen damit dann... Achso. Ja, jetzt erst mal wieder neue Wege und fangen dann damit das, was wir brauchen. Und das ist ein Lebewesen. Das wussten wir auch vorher nicht. Ja, und dass das immer so dauert, das ist ja klar. Und jetzt gibt es immer noch einen Kampf auf dem Weg. Das ist schon mal erfreulich. Und da links Sackgassen ist, würde ich sagen, gehen wir einfach mal links weiter. Oh, links geht sofort. Was ist denn hier schief? Dafür gibt es jetzt aber zwei Wege mit Kämpfe. Höchstwahrscheinlich. Ne, nur einen Weg. Nach unten geht's nicht. Okay, aber hier sind da zwei Kämpfe. Okay. Warum auch immer. Dann würde ich sagen, einfach mal sofort hier rein. Und wir bekommen wieder diese komischen Viecher. Aber diesmal sind Wölfe mit dabei. Joa. Wölfe sind schön. Aber erst mal gucken, was denn jetzt so passiert. Ich hab so das Gefühl, ich bin wieder... ...auf dem Weg zu einer Grenze, wo Leveln wichtig ist. Und eigentlich sollte ich die hier sofort ausschalten. Weil die sind ja nicht so magischen Angriffen gegenüber schön. White Shock und Quadruple Attack. Und das war's dann. Mit einem von ihnen. Tja. Beinahe. Okay, Quadruple Attack reicht so. Merken. Leider kannst du jetzt kein Double Edge mehr einsetzen. Das ist sehr schade. Aber so, wissen wir so. Natürlich reicht das nicht mal annähernd aus. Das ist schade. Burstet reicht nicht aus. Oh, du kannst nichts machen. Du kannst jetzt auch nichts mehr machen. Und kannst du jetzt noch was machen? Ja, dann machen wir einen Ice-Akate-Attack und fernig dir das Vieh, bitte. Oh boy, Ice-Akate-Attack zählt jetzt magische Angriff, oder? Sollte aber sowieso ausreichen. Aber zählt das? Das müsste vom Damage-Head, glaube ich, zum magischen Angriff zählen. Wobei Mimeds physischer Angriff auch nicht wirklich sonderlich stark ist. Ja, versammeln wir die restliche Truppe hier. Ähm... Double Edge... Sonic Wave... Nein. Ein Thunder... Dann, äh... Das hier. Ich weiß ja nicht, wie viele Dinge die Viecher aushalten, aber anscheinend auch nicht so viel. Aber einen Break haben wir dennoch nicht, also sollte das auch nicht ausreichen. So ganz knapp nicht. Auch wenn er paralysiert ist. Das ist sehr schön. Machen wir einen Impuls. Ja, sorry, war ich kurz raus. Ich hoffe, das wird jetzt nicht erst noch rollen. Ich weiß immer nicht, manchmal wird's, manchmal wird's nicht. So, dann lass mal gucken, was die Gegner machen. So, dann einfach mal hier und du bleibst am besten in dieser Position. Äh... Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Äh... Achso, ich hab das Feld nur verwechselt, ne? Ja, dann ist es natürlich hier. Ja, ja, ja. So, nach da schauen. So, Mime, hier hin. Nach da schauen. Du, nach da schauen. Du, nach da schauen. Ja. Oh, der Geist kommt uns entgegen. Das freut mich. So, du bist dran. Dann wollen wir den doch mal vernichten. Was sagst du dazu? Thunder, Impuls. Äh... Ja, mach mal erst mal. Du kannst den, glaube ich, alleine vernichten. Mit mehreren Angriffen, natürlich. Jetzt einfach nochmal einen Thunder raufsetzen. Und dann war's das für den. Damit man halt nicht die Formation bricht, um verbunden zu sein. Muss sagen, der Kampf läuft solide. Ohne Probleme. So. Du da. Quadruple-Attack. Ich mag irgendwie den Begriff, Quadruple-Attack. Obwohl es Attacker ist, aber Attack. Das passt irgendwie. So. Mach hin. Mach schnell. Beende. Holla. Aber One-Hit tut man fast nicht mehr jedes Vieh. Das gefällt mir nicht so wirklich. Ein TP. Oh. Bleibblep für Linda. Was machen wir mit dir? Irgendwas wollte ich bei dir auch noch machen. Hm. Hm. Ich glaube Intuition war das. Glück ist bislang noch nichts. Dann würde ich das einfach mal so hinmachen. Bisschen mehr magische Verteidigung. Meine Gruppe mag es an magischer Verteidigung. Jedenfalls der größte Teil davon. So. Zweiter Kampf. Dann bin ich gespannt, was uns für ein Item diesmal erwartet. Oder Schatz allgemein. Oder Kampf. Man weiß, es ist ja ein Vier-Gegner. Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Nur Vier-Gegner. Okay. Alles klar. Nach dahinten komme ich jetzt nicht. Das ist schade. Ähm. Linda. Ja. Linda sollte da bleiben. Dann machen wir mal das. Und das. Sollte reichen. Wenn nicht, dann setzen wir halt noch was drauf. Aber für magischen Angriff macht das mit Magie etwas wenig Schaden, wie ich finde. Ah, setzen wir halt noch was drauf. Double-Edge einfach. Sollte reichen. Gerade so. Du kannst nichts machen, wenn du da hinten bleibst. So lange du nicht verbunden bist. White Shark. Impuls. Break Value mal nachgucken. Wurde es eigentlich 181. Ja, Impuls hat da dennoch einen besseren. Und den Impuls hätte ich auch genommen. Aber macht ja im Endeffekt auch nicht sehr viel aus. Und Power Attack. Dann sollte das Vieh hoffentlich weg sein. Und sonst kann ich auch nicht mehr viel für das Vieh tun. Äh, gegen das Vieh. Und dieses Vieh ist mit dem Geist dahinten verbunden. Und das will ich nicht gerne haben. Also, los. Power Attack. Und bitte treffen. So. Ja, dann mal gucken, wann wir an diese Geister rankommen. Ich hoffe mal sehr bald. Ich würde seine Formation aufteilen. Ich würde ihn im Kanal verstehen bleiben. Aber mit Linda wird es etwas schwierig. Keine Ahnung, wo die genau hin soll. Machen wir mal hier. Oder? Einfach mal hier hin. Ist sie wenigstens noch verbunden. Ansonsten müssen wir den Geist hinterherjagen. Oder? Warte mal. Äh. Sie kann schon nach da vorne. Passt schon. Hm. Ja, passt schon. Ah, Saiyane. Bleibt einfach mal da. Mimele. Bleibt auch einfach mal da. Wir sind da jetzt irgendwie verbunden. Du bleibst auch da. Achso. Ja, gut. Ist trotzdem noch mit Saiyane verbunden, irgendwer. Also passt das schon. Welcher Geist will zuerst dran glauben? Du kannst leider von dort aus nichts machen. So. Oh, nein. Okay, Linda kann die den alleine erledigen. Gut zu wissen. Dann würde ich mal sagen, Double Edge, Double Edge. Äh. Sonic Wave und, äh, Blast und... Sollte reichen. Hoffentlich. Ansonsten muss man halt noch nachlegen. Yo. Also irgendwie komisch, dass ich in diesem Kämpfe jetzt überhaupt keinen Schaden nehme oder so. Beziehungsweise nicht nennenswerten. So, machen wir Solo und tschüss. Die Waffe ist zu OP. Okay. Ah. Kein Level Up für irgendwen. Okay. Dann mal nachgucken. Was kriegen wir hier? Orben Dust. Ja. Elemental Armor. Shadow Attack. Uh. Wind Soul. Die Shadow Attack gucke ich mir gleich mal an. Wenn ich jetzt nochmal weiß, wie ich das machen kann. Equip. Skill. Shadow Attack gucke ich mir gleich mal an. Shadow Attack gucke ich mir gleich mal an. Dark Skill. Strike a target with dark energy. Has a chance... Chance to inflicting blind. Hole Break Value. Trifft 3 im Feld davor. Äh. Kostet 10. Und einmal. Ich bin schon fast am überlegen, ob ich das hier rausnehme. Weil ich sowieso nicht fange. Message Strike kann man trotzdem noch lassen. Immer nein. Angriff frei. Verton. Übrig hat die... PP. RP. Okay. Ja. Dann mal gucken, ob man damit auch eine neue Kombo machen könnte. Und ich habe vergessen, mich auf beschäftigt zu stellen. Also machen wir noch diesen Kampf. Bevor der Part dem Ende zugeht. Mein Gott, dass wir mal so viele Kämpfe miteinander sch... Autsch. Was bist du denn? Gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Muss ich Angst haben? Das gefällt mir wirklich nicht. Ach du Scheiße. Zwei Wölfe und so ein Riesenvieh. Ja, alles klar. Ich glaube, ich haue einfach mal alles auf dieses Riesenvieh raus. Das hat gelernt, große Viecher zuerst zu besiegen. Ist nicht sehr schlau, aber... Einfach mal machen. Ah, warte mal. Man kann doch hier... Das hier mal nachgucken. Ist hier irgendwo das... Ice Needle, Wind, bla bla. Ice Age hatte ich sogar mal gemacht. Holy Mist. Ja, ja. Ice Field. Ice Wayne, Ice Needle und Rush. Könnte ich jetzt auch machen. Aber Ice Needle habe ich, glaube ich, nicht drin. Ice Wayne trott doch irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, ob Niemals Zauber so heißt. Wind Trickett und Whiteshark. Ah, da fehlt mir noch ein Wind. Da müsste Tetherapid drin sein. Das heißt wirklich, dass... Was wollte ich jetzt sagen? Das Eis ist, glaube ich, das Einzige, was ich machen könnte, wenn jetzt noch einer drin wäre, der noch einen Eis Zauber machen könnte. Das heißt, es müsste Carl Wiener drin sein. Elemental Call. Thunder, Wind, Earth Needle, Ice Needle. Und Fire. Warum sind manche grün und gelb? Das verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Gravitation. Atomic Hole. Das hört sich echt nice nach Damage an. Das Meltdown. Issen hätte ich auch gerne. Storm bräuchte ich auch noch. Das ist alles sehr interessant. Ist nicht das neue Shadow-Dings irgendwo bei. Blast, Charge, Blast. Ach du Scheiße. Dark Flame, Meteor Impact, Atomic Hole. Das ist alles so schöne Sachen, die ich gerne haben wollen würde. Wo kriege ich die alle her? Sanctuary hört sich auch nach schönen Schaden an. Aber anscheinend ist der Skill nirgendwo mit drin, den wir gerade neu bekommen haben. Das ist schade. Ich hätte gerne mal eine neue Combo gesehen. Na gut. Hauen wir einfach mal alles raus. Ähm... Double Edge. Double Edge. Power Attack. Burstet. Icicle Attack. Oder sagen wir eher... Du kannst auch noch eine, ja. Ah, gut sagen wir Ascension mit Blackness. Davor vielleicht noch. Shadow Attack. Blackness mit Ascension. Einfach mal alles raushauen, was geht. Mal gucken, was das an Schaden macht. Was? Das Vier ist ja gar nicht so stark. Ja gut. Hat der noch HP? Aber keine Ahnung, was das an Schaden raushaut. Das weiß ich ja nicht. Wow, das macht sehr viel Schaden. Nicht. Aber er ist gepäusent. Das ist schon mal gut. Ne. Das kann doch nur verblinden, der Schlag. Oder war ich gerade... Bin ich gerade irgendwie falsch? Oh, das war kein Break. Ernsthaft? Okay. Ich glaube, das Vier hält doch ein bisschen mehr aus. Das ist jetzt kacke. Ich hoffe, irgendeiner ist noch in Range. Du natürlich nicht. Kannst du noch was machen? Ja. Power Attack bitte. Danke. So, du hast es jetzt aber auch nichts mehr. Aber da haben noch andere was. Und Trickett bringt auch nicht viel. Ja gut. Dann doch nicht. Ah, ich meine, du kannst noch was machen. Thunder, Rebolts, Sonic Wave und Blast. Wenigstens einen noch vernichten. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich die Level-Cover am Anfang echt extrem steigend. Und jetzt bislang hält sich das echt in Grenzen. Ich meine, ich habe weniger Probleme als vorher. Und habe keine weiteren Level-Punkte verteilt. Von daher finde ich das irgendwie komisch. Jo, Blast. Mach mal. Du musst einfach mal da hin. Du musst da hin. Du hier hin. Du kannst auch eigentlich da bleiben. Und Eugene fügt sich einfach mal. So, weglaufen ist zwecklos. Deswegen finde ich es toll, dass du einfach mal herkommst. Und, äh, ja. Warum hat sie eigentlich immer schon so viel? Ich verstehe das nicht. So, Wildshock. Shadow Attack. Burstet. Sollte schon ausreichen. Hoffe ich. Einfach mal random was gemacht. Ich finde Shadow Attack vom Nahen her gut, aber irgendwie... Es macht nicht mal an, den dann zu schaden. Es trifft sogar zweimal, obwohl nur einmal eine Zahl dran steht. Ja, ich weiß nicht. Ist nicht so worth. Finde ich. Bloß von den AP her ist es halt ein netter Angriff. Den sie mal machen kann noch. Uh, zwei Level Ups. Was geben wir dir denn? Wie wär's mit magischer Verteidigung? Davon hast du ja so viel. Ja, bei dir könnte ich das auch mal machen. Und fünf packen wir dann noch in die Stärke rein, damit das auf null kommt. So, dann würde ich jetzt aber gern noch wissen, wie die anderen Wege... Oder wo die anderen Wege hinführen, beziehungsweise der eine Weg. Wahrscheinlich mit einem Kampf nach oben. Nein? Okay, es geht nicht weiter, alles klar. Secret Arts mal vier. Shining Strike. Und Flamesoul. Okay, Shining Strike hört sich nett an. Äh, nach unten und nach unten. Okay. Shining Strike hört sich echt nett an. Dann, äh, guck ich doch mal nach. Shining Strike. Equip. Kann ja wahrscheinlich nur sie hier eh haben. Äh, Shining Strike. Ein Feld davor. Strikes are targeted with holy power. AP10 gebraucht. Aber da ist sich doch lieber Ascension drin. Weil, ist so. Aber ansonsten hat ja keiner sonst noch irgendwie Licht, oder? Doch, du. Aber dich hab ich nicht drin. Ich meine... Du auch? Hab ich irgendwas übersehen? Ja, okay. Du kriegst halt noch Shining Strike rein. Warum hab ich das nicht vorgewusst? Kannst du ja auch Ascension reinnehmen. Und ich könnte... Ah. Ey, sie ist ne tolle Healerin, die Alice. Deswegen nehm ich doch mal lieber nicht raus. Das, das... Ja, Wasser-Spirit. Und du kannst es auch nehmen, aber... Ist eigentlich bei dir, glaub ich, physische Angriffe besser aufgehoben. Naja, was soll's. Ja, ich könnte speichern. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Viel Spaß und Tschüss.